Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KBBL Radio. Heute mit mir, Ivo und mit... Mia, Marc, hi! Hi, und heute geht es um Staffel 14, Folge 5, der Videobeichtstuhl, oder wie es auf Englisch heißt, Helter Schelter. Und diese Folge wurde sich gewünscht von Nordplay. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank für den Folgenwunsch, ja. Du hast gerade schon sehr schön zusammengefasst. Der deutsche Titel ist wieder irgendwas sehr Unwichtiges aus der Folge, was einfach genommen wurde und als Folgentitel geholt wurde. Ja, während der englische Titel halt wieder eine Anspielung auf einen Film ist, glaube ich. Helter Schelter, meine ich. Ja, möglich. Ich bin mir auch ganz vor, irgendwie. Das deutsche ist wieder irgendwas, nur einfach ein random Gegenstand gegriffen aus der Folge. Ja, die deutschen Folgentitel sind eine Sache für sich. Sind immer für eine eigene Folge. Ist echt so. Ja, und wir beginnen mit dem Tafel-Gag. Und zwar steht an der Tafel, Milhouse wurde nicht Läuse-positiv getestet. Was auch wieder eine sehr, sehr seltsame Übersetzung ist. Weil Läuse-positiv, ich weiß nicht, ob man das medizinisch korrekt so sagt. Hm, unwahrscheinlich. Hattest du mal Läuse? Als Kind? Äh, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, es war irgendwann schon mal sowas, dass im Kindergarten Leute Läuse hatten und der dann gesperrt wurde oder so. Wage ich mich zu erinnern, aber, äh, ne, ich selbst glaube ich nie. Ne, ich auch nicht. Das geht ja immer ganz gern rum, aber auch verschont geblieben. Nice. Ganz im Gegensatz zum Milhouse. Der arme Kerl. Obwohl, ne, doch Quatsch. Er wurde ja nicht positiv getestet. Er hat ja gar keine Läuse. Aber vielleicht ist das die Lüge. Ah, vielleicht. Das kann sein. Weiß ich nicht. Ja. Couch-Gag fand ich gut. Der Maus-Cursor kommt einfach, also es kommt so ein Maus-Cursor rein, der zieht Homer drag-and-drop mäßig auf eine andere Position auf der Couch und alle werden nach links geschoben und die Wandfarbe ändert sich und das Bild von dem Schiff wird zur Mona Lisa. Ja. So kommt es jetzt. Ja. War, war gut. Ja. Okay. Und die Folge fängt auch direkt mit viel Action an, denn Homer läuft einfach so nichts an durchs Kraftwerk und wird plötzlich von so einem Lüftungsrohr, was einfach von der Decke fällt, erschlagen. Mr. Burns und Smithers sind gerade auch zufällig da und reden laut drüber, dass Homer sie jetzt verklagen könnte, wenn sie nicht irgendwas unternehmen. Und sie geben ihm dann einfach irgendwelche normalen Tickets für eine Sportveranstaltung, von der sie aber gerade noch nicht wissen, was es ist, denn sie denken, es wäre Basketball. Aber wie sich herausstellt, ist es Hockey. Ja, Eishockey. Und ja, dafür diese super Plätze, die sie bekommen haben, für so Logenplätze, das war ein guter Deal, weil Homer hat nur 20% Verlust Hirnfunktionen erlitten dadurch. Das kann man machen auf jeden Fall. Und sie fahren deswegen auch in das Stadion, in dem Eishockey gespielt wird und das ist die G-Your-Hair-Smells-Terrific-Arena. Also, ui, dein Haar riecht fantastisch, Arena. Ja. Und noch eine Arena in der langen Reihe an Arenen, die einmal benutzt wurden und dann nie wieder. Ja, Springfield ist einfach voller Arenen. Und außerdem würde mich auch mal interessieren, ob man zusammenrechnen kann, wie viel Gehirnverlust seiner Gehirnfunktion Homer über die Jahre schon hatte. Also, in der ersten April-Folge, die wir da hatten, hat er ja auch schon irgendwie 5% verloren. Jetzt wieder 20, also... Ja, vielleicht müssen wir da mal eine Matheformel aufstellen, wie viel da noch übrig geblieben ist. 5 plus 20. Ich glaube, so rechnet man das nicht. Doch, doch, bestimmt. Ja, und dann muss man noch berechnen, mit oder ohne Wachs mal Kreidestift im Hirn. Also, da kommt einiges zusammen. Das ist eine schwere Gleichung. Ja, das stimmt. Ich finde, das wäre doch was für dich mal für einen ruhigen Moment, dass du da mal schön das Whiteboard auspackst und mal schön ein bisschen dran schreifst, oder? Ja, ich würde meinen Flipchart hier raus und rechne euch das dann vor in einem extra YouTube-Video. Sehr gut. Und wir sehen auch, direkt in dieser Folge, auf Eishockey hat eigentlich gar keiner Bock. Also, die Simpsons haben keinen Bock drauf. Und auch die ganzen Leute, die zur Arena gerade laufen und auch da erst erfahren, dass da gerade Eishockey gespielt wird, wo sie hingehen. Die haben da auch keinen Bock drauf. Und ja, trotzdem ist das Stadion voll. Die Stimmung kocht. Und Homer und die Simpsons kommen erstmal auf ihre tollen Luxusplätze in die Loge. Und direkt am Eingang zeigt sich auch schon die Zweiklassengesellschaft, denn sie laufen da irgendwie zu diesem VIP-Eingang und kriegen irgendwie Parfüm gereicht sofort. Und Homer kriegt so ein Parfüm auf Walfisch-Basis. Und Lenny und Karl sehen das und wollen auch sowas haben und werden dann einfach einen Bauch geboxt, was das Normalo-Äquivalent davon ist. Und als sie dann hochgehen in die Loge, ist die auch wirklich extrem luxuriös, überlaufen Faunen rum. Also, das ist ja wohl der Inbegriff von Luxus. Ja, und Marge vergleicht es mit Moby's House. Und ist Moby, ich hab's jetzt nicht nachgeprüft, aber ich war mir eigentlich recht, sieht das ja so, hieß das nicht der auch aus, hast du How I Met Your Mother gesehen? Ja. Der an Silvester da einsteigt ins Auto und sie denken, das ist er, aber es ist er gar nicht und er hat eine Knarre dabei. Ich glaub, der hieß auch Moby. Weiß ich nicht mehr. Ich glaub, das ist der gewesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ist möglich. Dass sie auf irgendeine Party gehen, da ins Auto einsteigen, wieder ins Taxi einsteigen und da ist irgendein so ein Typ dabei, dann. Mag sein. In der Loge ist jedenfalls auch ein Maler, der Bart malt, wie er Larry Holmes, wohl ein Boxer, K.O. schlägt und der will aber nicht ins Gesicht geschlagen bekommen, was auch verständlich ist. Er lässt sich stattdessen in den Bauch hauen. Ja. Von den Gemälden sehen wir aber leider nichts mehr. Ja, schade. Genau, und währenddessen genießen die anderen auch ihr Leben in vollsten Zügen, ihr Luxusleben und essen irgendwie Sushi und Homer sagt das so von wegen, er kann gar nicht verstehen, wie man sich überhaupt Hockey anschauen kann, ohne Sushi zu essen. Und die Leute in den unteren Rängen sehen das, vor allem Moe und Barney sind da unten und Otto ist auch noch dabei. Und die schauen sich das an, wollen dann irgendwas dagegen unternehmen und steigen sich gegenseitig auf die Schultern, um da irgendwie ranzukommen. Aber Homer hat zum Glück eine Waffe, denn er hat heiße Schokolade oder Hot Fudge war es, glaube ich, in Wirklichkeit, aber es wurde übersetzt mit Schokolade. Schüttet er ihn dann einfach ins Gesicht seinen Freunden. Und ich glaube, das tut ordentlich, ordentlich weh. Ja. Aber es funktioniert, sie fallen runter und ja, der Abschaum wird von der Loge ferngehalten, so wie es sein soll. So wie es bei jeder guten Sportveranstaltung einfach sein soll. Ja, und währenddessen verprügeln sich unten auch die Eishockey-Spieler mit so einer ganz komischen Off-Topic-Szene. Und ein Zahn fliegt zu Cletus, der fängt ihn und schenkt ihn seiner Tochter, die ihn sich in die Zahnlücke reindrückt und der Zahn viel zu groß für sie ist. Aber sie ist der Meinung, ja, damit sieht sie aus wie Britney Spears, obwohl ihr immer noch ungefähr zwölf Zähne fehlen. Mhm. Ich hab sie auch kurz verwechselt. Ja, ich find's allein interessant, sich einfach den Zahn ins Zahnfleisch reinzudrücken. Das ist irgendwie ein bisschen widerlich. Stimmt schon. Ja, aber Lisa schaut sich das Ganze kritisch an, wie die ganzen anderen Simpsons da massiert werden und irgendwie gar nicht auf das Spiel achten und überhaupt nicht wissen, wo sie gerade sind irgendwie. Und, äh, sie will sich dann doch lieber das Spiel ansehen und geht dann zu den echten Fans, also geht direkt ans Feld. Und, äh, sie hat ja tatsächlich selbst mal Eishockey gespielt, deswegen kann das schon sein, dass sie sich noch dafür interessiert. Und, äh, sie ist anscheinend sogar so gut, dass sie dem Profispieler, dem Profi, äh, aus irgendwie aus Russland oder so, äh, einen Tipp gibt, wie er ein Tor schießen kann. Und der befolgt ihn dann und macht das natürlich auch. Und, äh, zum Dank gibt er ihr seinen Schläger. Ja, und dann kommt auch eigentlich, also, ja, erst mal kommt dann ihre, kommt ihre dann Familie und klärt sie auf. Ja, wir wissen das Ergebnis schon, die Logen wurden schon informiert, dass die Isotopes 5-3 gewinnen. Ich glaube, zu dieser Zeit steht es noch 3-3. Und, ja, dann gehen sie einfach heim, während das Spiel noch läuft. Sie wissen ja, was passiert, ist alles eigentlich jetzt uninteressant. Und daheim wird der Hockeyschläger einfach von Homer an die Wand genagelt. Also auch durch den Hockeyschläger durch. Weiß ich auch nicht, ob man das mit sowas machen sollte, das man irgendwie bekommt und selten ist. Und cool ist. Er hat einfach ohne Ende Nägel reingehauen in den Schläger. Und Bart ist eifersüchtig, aber Homer klärt ihn dann auch auf, dass er sich da nichts, also, ja, ist halt, seine Tochter hat irgendwann was gemacht. Oder seine Schwester in dem Fall. Und wurde dafür eben belohnt. Und er schlägt immer mehr Nägel durch. Und man sieht, wie auf der anderen Seite die Nägel rauskommen. Auf der anderen Seite der Wand. Und da hängt in Barts Zimmer ein Bild von ihm und Krusty. Und der erste Nagel trifft Bart im Kopf. Und um sicher zu gehen, schlägt er noch zwei in den Hockeyschläger. Und die gehen dann auch noch in seinen Bauch und in seinen Schritt rein. Ja. Tiefschlag. Aber dieser Schläger ist nicht so ganz einwandfrei. Denn es kommt die Nacht. Und des Nachts fressen sich plötzlich Termiten aus dem Schläger raus. Die waren anscheinend in dem Schläger drin. Und als dann morgens alle aufwachen, ist schon ziemlich viel kaputt. Irgendwie Marge macht den Küchenschrank auf und sieht einfach Flanders durch die Wand vom Haus. Wie er irgendeinen sehr langen, sehr komischen Satz sagt. Und auch als Bart in die Küche reinkommt, bricht der Türknopf ab. Also es ist alles morsch. Und ja, das Haus ist voller Termiten. Und Homer bestellt natürlich den erstbesten Schädlingsbekämpfer, den er findet. Weil die wählt er meistens nach der witzigsten Reklame aus. Und da kommt auch ein Typ, den wir halt auch schon in allen Jobs kennen. Manchmal hat er schwarze Haare, manchmal hat er graue Haare. In dem Fall hat er jetzt wieder graue Haare. Und er kommt und er klärt erstmal die Familie auf, dass er sich verhalten muss wie ein Insekt. Und deswegen, um rauszufinden, was die Insekten hier wollen halt. Und er fängt an, am Tisch rumzuknabbern. Aber er holt das gute Gift. Und er zieht das Haus in ein großes Zelt rein, in dem dieses Gift eben verbreitet wird, um die Schädlinge zu bekämpfen. Was allerdings sechs Monate dauern wird. Also die Simpsons müssen jetzt für ein halbes Jahr weg. Aber dieses Zelt, das zieht auch andere Leute an, ne? Als nur Termiten abzuschrecken. Ja, genau. Nämlich die Rowdies kommen von hinterm Haus angeschlichen und denken, es wäre ein Zirkuszelt. Und wollen irgendwelche Schandtaten mit den Tieren treiben. Ich weiß nicht mehr ganz was. Aber auf jeden Fall hört man da nur, wie sie umfallen. Der Kammerjäger trägt sie dann raus. Der hat auch in dieser Folge aus irgendeinem Grund einen ganz komischen Akzent. Ja. Hat er auch in anderen Folgen nicht. Ja, das fand ich auch sehr seltsam. Irgendwie seltsam. Ähm, genau. Aber Homers Vorschlag ist, sie könnten doch einfach jetzt vor dem Haus leben. Und dann kommt ein klassischer King-of-the-Hill-Gag. Also sie parodieren das King-of-the-Hill-Intro, wo sie da davor stehen und alles ein Zeitraffer vor sich hinläuft. Aber da wird ihnen das dann zu langweilig und sie suchen sich doch irgendwie ein Hotel. Aber das Hotel, in dem sie sind, das ist leider schon komplett ausgebucht. Denn zu diesem Zeitpunkt auch, in dem die Simpsons ihr Haus verlieren, da tagt in Springfield nichts Geringeres als die Kleie-Tagung. Und ich bin nicht ganz sicher, was ist Kleie? Ach, das ist doch dieses, äh, irgendwie so ein Frühstückscereal. Ja, das ist doch so ein Abfallprodukt eigentlich von Weizen und so. Also Weizenkleie kann man doch haben, oder? Ja, keine Ahnung. Ist das nicht irgendwie sowas, einfach so Getreidekram? Ach, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwas schlagen sie dann auch, ja, die eine Kleie da, die war kein so Hit gewesen. Ich weiß auch nicht. Ja, jedenfalls tagt die Kleie-Tagung. Natürlich sind keine Hotels in der Stadt mehr frei. Also da kommt alles, was Rang und Namen im Kleie-Business hat, kommt eben nach Springfield. Und die wollen halt auch gut schlafen, das ist klar. Genau. Und der Notfallplan ist dann, sie können auch zu Lenny gehen, der ein schönes Apartment hat. Ja, man hat ihn ja auch schon mal gesehen in seinem komischen Haus, das dann zusammengekracht ist. Ja. Aber jetzt hat er sich ein Apartment geholt, was eigentlich erstmal sehr, sehr schön ist. Aber da kommt plötzlich ein komisches Geräusch und es stellt sich raus. Die Wohnung hat er billig bekommen, weil sie sich eine Wand mit so einer Lacrosse-Halle teilt, wo die die ganze Zeit den Ball gegen die Wand schlagen. Und das sehr, sehr laut ist. Aber Lenny genießt das mittlerweile. Ich finde das sehr angenehm. Und während er das genießt, dieses Geräusch, gehen die Simpsons weiter oder verlassen das Apartment wieder, weil sie es sehr seltsam finden. Und gehen zu dem nächsten Vertrauten der Familie. Und bei wem würde man eher Zuflucht suchen als beim Comicbuchverkäufer. Was auch sehr, sehr, sehr random ist, dass er einfach zum Comicbuchverkäufer ging. Fand ich super witzig auch. Und Marge redet auch mit dem, als wäre sie mega gut befreundet. Aber er ist sehr froh, dass sie da sind, weil er richtet auch gerade das Treffen der galaktischen Uno aus, wo er einfach so Pappschilder hingestellt hat von irgendwelchen Aliens, bei denen noch die Farbe nass ist. Und natürlich wollen sie auch da nicht bleiben, weil das war ja sehr überraschend, dass der weird ist. Da konnte man nicht mit rechnen. Ja, aber er ist erschreckend hilfsbereit in dieser Szene. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie komisch. Wie heißt er? Oh Gott, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich weiß auch nicht. Ich habe es auch vergessen. Jeff, ne. Elbertson. Ja, irgendwie, ja. Wirklich. Ich glaube, Elbertson wird nachnehmen. Genau, jedenfalls gehen sie dann zu Moes und da will Matt auch nicht bleiben, weil Maggie langsam von dem Geruch schon betrunken wird und betrunkene Babys sind nicht so das Wahre. Stimmt. Aber Bani und Karl geben ihnen dann einen heißen Tipp, nämlich von einer neuen Reality-Show, die gemacht wird, wo man in einem Haus aus dem 18. Jahrhundert... Ja, 1895, glaube ich. Ja, okay. Also 19. Jahrhundert leben muss und man muss dann auch wirklich so leben, wie damals in der Zeit. Das ist der Haken an der Sache. Aber Hauptsache, man kriegt ein Haus. Das stimmt. Und wo sollte diese Serie auch anders laufen als im Reality-Channel, von dem man auch vorher noch nie was gehört hat und danach, glaube ich, auch nicht. Aber die haben schon super tolle Serien produziert auch, wie wir sehen in Filmplakaten. Zum einen die Folge Sucker Punch, Überraschungsschlag übersetzt. Da sieht man eine Frau, die gerade einfach gehauen wird auf dem Plakat. Dann Mystery Injection, also rätselhafte Spritze. Da bekommt man wohl einfach irgendein Medikament injiziert und sie schauen, wie was passiert. Und natürlich Tied to a Bear, nämlich einen Bären aufgebunden. Und da ist eben mein Mann einfach an einen Bären gebunden auf dem Plakat. Ja, es braucht nicht immer komplexe Konzepte. Manchmal reicht auch sowas. Ja. Genau. Aber sie suchen gerade eine neue Familie für die Show. Und die erste Familie, die sie sich da anschauen, ist ihnen zu langweilig. Und außerdem ist Bill Cosby der Vater. Und der will dann zurück ins Fernsehen und das wollen sie irgendwie nicht. Und sie wollen lieber eine Familie, die noch nie im Fernsehen war, nämlich die Simpsons. Und die sind auch direkt perfekt, weil sie sitzen am Tisch und Homer wirkt Bart und überall ist Chaos. Und ja, das finden die gut. Homer fängt auch random an zu weinen, weil ein Typ mit seinem Cappuccino nicht mehr zurückgekommen ist. Also ja, perfekt fürs Fernsehen halt. Lustig, weil die sind halt die erfolgreichste Fernsehfamilie wahrscheinlich. Also sind sie aller Zeiten. Also war wohl nicht so ganz falsch. Und sie kommen auch in der nächsten Szene direkt mit ihren Kostümen aus Ende 19. Jahrhundert. Kommen sie dann ins Haus rein. Und Bart schämt sich extrem, weil er hat auch Goldlocken. Aber Marge beschwichtigt ihn und sagt, deine Mitschüler, die werden dich beneiden halt, weil du siehst super aus. Und die Rowdy stehen vor der Tür in einem Busch und klopfen sich schon in die Hände, als sollten sie ihn verprügeln wollen. Aber siehe da, sie hatte recht. Karni hätte sehr gern diese goldenen Locken. Ja, er würde sogar für sie sterben. Genau. Aber als sie da dann so durch das Haus geführt werden, ist natürlich alles altmodisch und alles aus dem 19. Jahrhundert. Aber sie haben auch ein Stück Technik aus dem 20. Jahrhundert. Und zwar den besagten Videobeichtstuhl. Was einfach so eine Kamera ist. So eine Videokamera. Und da soll sich die Familie filmen, wenn sie irgendwelche düsteren Geheimnisse oder irgendwelche Beichten zu sagen hat. Und Marge stürmt dann direkt rein und knallt die Tür zu. Und es gibt preis, dass ihre Haare überhaupt nicht wirklich blau sind, sondern die nur gefärbt sind. Sehr schütternd. Vor allem, sie war halt wirklich schon durch den Wind, weil sie hat halt gehofft, dass diese Technik aus dem 20. Jahrhundert natürlich ein Melonenbällchenmacher ist. Hätte ich auch gewollt. Und meiner Meinung nach mit einer der unnützesten Gegenstände, die man haben kann. Dicht gefolgt von einem Eierkocher. Oder einem Eiersollbruchstellenverursacher. Das ist auch wirklich unnötig, ja das stimmt. Heißt das Ding wirklich so? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Hab ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe einen Löffel. Das ist auch gut. Ja, genau. Sie leben jetzt auf jeden Fall wie im 19. Jahrhundert. Und wie könnte man das besser zeigen, als dass die beiden Damen des Hauses sechs Stunden lang Frühstück machen müssen. Erstmal im Morgengrauen. Während Bart sich auch irgendwie beschwert, dass es auch nicht leicht hat. Kommt aber ausgeschlafen da rein. Und ja. Und Homer muss sich mit einem Messer rasieren, mit einem Rasiermesser. Das hat auch nicht so gut geklappt. Der kommt rein mit ganz viel Toilettenpapier im Gesicht. Wir haben aber auch schon gesehen, dass mit dem Rasierer eigentlich auch nicht besser ist. Also ist ja genau das selber passiert. Ich glaube in Staffel 2 war das. Haben wir schon mal behandelt, die Szene. Ja. Die auch immer wieder in Clipshows kommt. Und er ist jetzt aber kein Sklave der Firma Gillette mehr. Weil er kann das jetzt eben alles selbst machen einfach. Aber das Klopapier hält dem nicht mehr stand, dem Druck des Blutes. Und aus seinem Gesicht kommen diverse Fontänen, Blut. Und er fällt in Ohnmacht in sein Frühstück rein. Weil er wegen dem hohen Blutverlust. Aber anschließend hat er sich direkt wieder erholt. Und die Familie fährt mit ihrem Auto. Mit ihrem sehr, sehr alten, kohlebetriebenen Auto. In das Bad dann immer wieder Kohle reinschippen muss. Damit fahren sie dann zum Quickie Mart. Und dürfen dort nur Sachen kaufen, die bis 1895 schon erfunden waren. Das wurde Apu so angewiesen. Und damit fällt so ziemlich alles weg, was Marge kaufen wollte. Zum Beispiel Oreos. Die wurden leider erst 1896 erfunden. Deswegen fallen die schon mal weg. Und alles andere auch eigentlich. Aber immerhin die Tampons kriegt Marge durchgeschmuggelt. Indem sie Apu einfach das Buch ins Gesicht haut. Aber die Stimmung ist trotzdem am Boden. Es ist kalt in dem Haus. Das Essen schmeckt überhaupt nicht. Weil sie auch, glaube ich, gewürzmäßig nicht so gut ausgestattet sind. Und alle stinken komplett, sagt Marge noch. Und in der Zeit sehen wir dann auch, wie Quernpa im Altenheim sitzt und gespannt ist, wer zuerst von denen allen sterben wird an den ganzen Problemen. Wünscht man sich. Also vom Familienmitglied. Aber Homer gibt sich einen Ruck und muntert die Familie auf. Sie sollen doch durchhalten. Zusammen schaffen sie das. Und ja, das wirkt scheinbar Wunder. Weil es kommt das, was immer kommen muss. Eine Clipshow. Ja, der klassische Zusammenschnitt, wie sie jetzt alle ihr Leben umkehren und irgendwie dieses Leben aus dem 19. Jahrhundert embracen. Marge zieht sich ein Korsett an und ihr ganzes Blut aus ihrem gesamten Körper fließt an ihre Füße. Und statt einem Telefonstreich macht Bart einen Telegrammstreich bei Mo, der auch ein Telegrammgerät, ich weiß nicht, Morsegerät, was? Keine Ahnung, wie das heißt. Bei sich stehen hat, natürlich. Und dann damit antworten kann. Und das auch perfekt dann nachmorsen kann. Also, der kann das einfach. Ja, der ist ein Talent. Und sie machen jede Menge Obst in Einmachgläser, um es für den Winter eigentlich festzuhalten. Aber Homer macht die Gläser immer wieder leer direkt, sobald sie bei ihm ankommen. Also, sie machen eine Kette. Und am Ende ist eben Homer, der so einfach sich reinschaufelt komplett. Ja, und alle sind happy auf einmal. Ja, alle aus der Familie jedenfalls. Aber die Zuschauer sind leider gar nicht happy, weil das jetzt relativ langweilig alles ist. Sie sitzen halt nur noch da und sind fröhlich. Und das will ja keiner sehen. Man will ja Drama und Konflikt und Tod und Verderben. Und das merken auch die Produzenten. Und dementsprechend wollen sie das Ganze ein bisschen abspeißen. Ja. Und was macht man zuerst immer, wenn irgendeine Serie nicht mehr läuft? Klar, man führt erst mal einen neuen Charakter ein. Oder noch besser einen Gaststar, der einfach ab sofort als Nebencharakter in der Folge oder in der Serie erscheint. Und so machen sie es auch hier. Es kommt nämlich Squiggy. Ist eine Figur aus der Sitcom Laverne & Shirley. Also so eine Sitcom von damals. Und gespielt wird der Squiggy von David Lander. Ja. Der ist auch sehr, sehr seltsam. Ja, der darf da auch einfach mit Lederjacke und Sonnenbrille drin sein. Also der muss sich da nicht anpassen. Und um ein bisschen Konflikt zu streuen, hat er auch einen Taser mitbekommen. Mit dem er dann die Simpsons shoppen kann. Aber trotz allem gelingt es ihm auch nicht, die Serie wieder spannend zu machen. Und deswegen brauchen die Fernsehleute neue Ideen. Und was machen die Reality-TV-Leute, wenn sie neue Ideen brauchen? Sie gucken ins Fernsehen. Und finden da eine Idee. Und es kommt ein großer Hubschrauber und packt einfach so eine Kralle aus und hebt das Haus einfach hoch. Einfach so. Ja, einfach so. Und ja, sie setzen die Familie mit Squiggy einfach in den Fluss ab. Also sie treiben jetzt einfach mit dem Haus in den Fluss runter. Homer will morgens einfach rausgehen und fällt in den Fluss rein. Wobei ich auch nicht ganz sicher bin, warum er nicht nach vorne guckt oder irgendwie geradeaus. Aber ja, er fällt dann einfach in den Fluss rein und er wird gerettet mit einem guten 1895er Seil, das damals noch aus gezwirbelten Schnurrbärten hergestellt wurde. Und wird damit gerettet und kann sicher wieder zurück ins Haus befördert werden. Dieses Haus ist aber eigentlich gar nicht so sicher, weil es fällt ein Wasserfall herunter und geht komplett kaputt. Also alles ist zerstört, was ihnen lieb und teuer war. Der Zierriemen von Homer und diverse andere wertvolle Gegenstände. Und nebenbei ist Squiggy auch noch tot. Also er stirbt einfach da auch noch drin. Schade. Schade. Ja, jedenfalls wird diese Trauerszene, die sie da haben, natürlich eingefangen von den Fernsehleuten, die jetzt live vor Ort sind. Und ja, das ist einfach eine gute Szene, wie sie da so enttäuscht sind und depressiv. Und dann drehen sie ab und gehen was essen. Aber die Familie kriegt natürlich nichts zu essen ab, weil das ist ja unrealistisch. Und alle Reste werden auch verbrannt, einfach. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als in den Wald zu gehen und Käfer zu essen. Ja, und im Wald begegnen sie auch wilden Leuten, also die sind alle sehr verlebt. Und Homer kommt zu ihnen, denkt wohl, es sind Ureinwohner und sagt zu ihnen, wir kommen in Frieden und nehmen euer Land. Sehr amerikanisch, der Gedanke, den er da hat. Ja. Ja, es sind aber Ausgesetzte von Reality-Shows, die zuvorder abgehalten wurden. Ist wohl eine Anspielung an Survivor. Müssen nur scheinbar im Wald leben. Ich glaube, das ist so ähnlich wie das Dschungelcamp. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, irgendwie so denke ich, ja. Ja, und gemeinsam mit diesen ausgesetzten Reality-Stars, die sie da finden, stürmen sie das Fernsehlager, stürmen das Catering, wo gerade schön gegessen wird. Und Homer will sogar den Hubschrauber zerstören, den er da sieht, und hat so einen riesengroßen Stein hochgehoben. Aber Marge erinnert ihn eben dran auch, dass sie den Hubschrauber brauchen, um da wegzukommen. Deswegen wirft er ihn nicht und lässt ihn einfach über sich und hält ihn eben wie so ein Gewichtheber einfach hoch und wird deswegen immer mehr in den Boden reingedrückt. Und sein letzter Gedanke, bevor der Stein, sein Rückgrat komplett zu brechen droht, ist noch, dass dieser Lenny ein wirklich verrücktes Apartment hat. Ja, und das ist so ein random Callback und es ist wunderschön. Ja. Ich habe sehr drüber gelacht. Ich auch. Callbacks sind einfach was Fantastisches. Ja. Genau. Aber als sie dann zu Hause wieder ankommen, schwören sie für immer dem Reality-TV ab. Ab jetzt gibt es nur noch Qualitätsfernsehen. Zum Beispiel Law & Order, die Fahrstuhl-Inspektions-Unit oder sowas, kommt dann gerade, wo einfach zwei Officers oder whatever in so einen Aufzug reingehen und herausfinden, dass die eine Taste nicht leuchtet. Und das ist die Handlung soweit. Ja. Und auch das klappt nicht. Also Fernsehen ist erstmal nicht drin bei den Simpsons. Wir haben auch schon mal eine Folge ja gehabt, wo sie nochmal in einer Reality-Show einfach nochmal teilnehmen. Oder, nee, sogar mehreren. Ja. Na gut, jetzt eine so Quiz-Show. Gibt es noch mehr so Reality-Shows, wo sie teilgenommen haben, außer diese paar auf der Insel-Show? Äh. Bestimmt. Ja, bestimmt. Und mir fällt auch gerade keine ein aus dem Stehgreif. Aber Bart hat eine super Idee. Sie schauen einfach alle Homer zu, wie er aus einem Schlauch dringt. Und, ja, was soll man sagen? Bart veräppelt ihn. Wird da auch in der Folge zum zweiten Mal Lisa genannt von Homer. Also sowohl mit den goldenen Locken am Anfang wurde einmal Lisa genannt, als jetzt auch, also jetzt auch nochmal. Und, ja, Bart dreht immer wieder das Wasser ab. Und sobald Homer mit dem Auge in den Schlauch guckt oder so, dreht er das Wasser wieder auf. Und das ist ein Brüller. Das ist ein Brüller. Die kringeln sich. Perfekt. Ja. Was soll man da, was will man noch mehr? Was will man mehr? Das ist Qualitätsfernsehen, meine Damen und Herren. Genau, das ist es. Ivo, wie fandest du die Folge? Ach, die Folge ist natürlich sehr schön. Es ist, keine Ahnung, irgendwie die Prämisse ist wieder so verrückt. Und es macht einfach Spaß. Es sind einfach viele gute Gags drin. Es ist eine runde Sache. Ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Nee, also doch, so ein bisschen meiner Meinung nach. Also, ich fand die auch mega gut. Ich hab mich auch gefreut, die noch mal zu sehen. Auch die, die wir nächste Woche behandeln, fand ich auch mega cool. Die haben wir schon geguckt. Also, da sind wirklich, man vergisst einfach diese Vielzahl von guten Folgen, die es gibt da draußen. Es sind einfach zu viele gute Folgen. Da hat man nicht alle auf dem Schirm. Da denkt man direkt an eine Chili-Folge. Vielen Dank übrigens an die vielen Wünsche bisher für die Chili-Folge. Ivo hat sich sehr gefreut, kann ich ja mal sagen. Die wird bald kommen, endlich. Das wird endlich das erste große Community-Projekt, weil die sich wirklich viele gewünscht haben. Ist sehr schön. Das haben sich einige erbarmt und haben uns geschrieben, um Ivos Wunsch in Erfüllung zu bringen. Aber, das ist ein Thema für eine andere Folge. Was wollte ich eigentlich sagen? Was ich auch immer sehr, sehr schätze an diesen Staffel 12 bis 15, 16 Folgen, ist diese Prämisse, die eine Prämisse auslöst, die dann erst die Haupthandlung auslöst. Das war ja diesmal auch. Das waren ja eigentlich zwei Sachen. Zuerst mal fällt eben dieses Rohr einfach auf Homer, was ja den ersten Stein ins Rollen bringt. Und dann kommt erst der zweite Stein, der ins Rollen gebracht wird, durch den Schläger. Und ja, es ist halt so random auf random. Und das ist mega gut einfach. So durchdacht ist einfach mittlerweile nicht mehr so geil durchdacht, finde ich. Ja, das ist mir auch eben beim Nacherzählen noch mal aufgefallen, wie random das eigentlich ist. Bis das aus diesem Hockeyschläger einfach so Termiten rauskommen. Ja, und wie sie da überhaupt hinkommen hast du diesem Hockeyschläger. Das ist schon gut. Und was ich auch einen megaguten Gag fand, den wir jetzt auch gar nicht behandelt haben, ist, dass die im Altenheim dann umschalten, weil ihnen die Reality-Show nicht mehr witzig oder unterhaltsam genug ist. Und sie schalten einfach auf den Kanal um, auf dem den ganzen Tag nur alte Tiere laufen. Also eine Tiershow mit zu alten Tieren, um zu überleben in der Wildnis. Und dann einfach ein Löwe kommt, der ein Zebra reißen will, dabei umfällt und dann vom Zebra gefressen wird. Und da macht auch so ein gutes Geräusch einfach dabei, wenn er gefressen wird von einem Zebra. Ja. Das fand ich einfach, das fand ich mega witzig auch. Ja. Ja, das stimmt. Ja, nee, war auf jeden Fall eine richtig gute Folge. Hat Spaß gemacht, sie zu gucken und auch drüber zu reden jetzt. Ja. Vielen Dank, Nordplay, für den Folgenwunsch. Und ja, wir sind gespannt, was nächste Woche auf uns wartet. Wünscht euch gern weiterhin die Schili-Folge. Ja, bitte, jeder. Ja, schaut unser YouTube-Video, falls noch nicht getan, von vor zwei Wochen, glaube ich, ist es schon. Oder letzte Woche. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir versuchen auch, mehr solche Videos zu veröffentlichen. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, als eine Folge zu schauen und die nachzuerzählen. Aber wir werden da hinten dranbleiben und liefern. Auch wenn ihr da Ideen habt oder Wünsche habt, was wir da aber behandeln können, gerne her damit. Freuen wir uns. Immer rein in die Kommis. Genau das. Social Media Ivo hat gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Und die Glocke nicht vergessen. Bis nächste Woche. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen in Zukunft. Folgt uns auch auf Spotify. Damit könnt ihr uns und unserem Podcast extrem weiterhelfen. Und bis nächstes Mal. Und bis nächstes Mal. Vielen Dank.